Die Weihnachtswoche ist endlich da und sie beginnt mit einer relativ leichten Tagesordnung am Montag. Also werfen wir einen Blick. Der deutsche Erzeugerpreis-Index für November erscheint um 7 Uhr. Die Erzeugerpreise bleiben gegen Jahresende unter Druck und senken den dritten Monat in Folge. Der britische distributive Handel von CBI für Dezember folgt um 11 Uhr. Im November zeigten 38% der Befragten einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr an, während 31% einen Rückgang anzeigten, was eine Bilanz von 7% ergibt, deutlich unter den Erwartungen und dem Vormonatsniveau. Das vorläufige Verbrauchervertrauen der Eurozone im Dezember steht um 15 Uhr zur Verfügung. Im November überraschte es auf der Oberseite mit einer Verbesserung um 1,6 Punkte. Und das Verbrauchervertrauen in Großbritannien im Dezember schließt den Zeitplan um 5 Minuten nach Mitternacht. Die vorige Mitteilung verdeutlichte ein rückläufiges Vertrauen mit einem Halbjahrestief im November. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017